und somit herzlich willkommen bei momo games und mit the division hallo christian wieder am start und wir haben es ja du siehst wie immer schön aus ja also die kiste hatten wir in der letzten folge gesucht und gesucht obwohl ich hier drin war habe ich die aber nicht gesehen jetzt ist wieder was war da drin robuste maske das ist eine spezielle maske ich kann die leider nicht nur ich muss irgendwas klauen er klauen sich schon irgendwas wegschmeißen dass die nehmen kann ich habe schutzhandschuhe nichts besonderes ich habe eine blaue maske also eine extra extra gute maske ja was schmeißt denn da weg eine arbeitsmaske scheiß arbeitsmaske die schmeiß weg wenn du die treppen hoch gehst kennst das zeichen noch die leiter meint die treppen warum kann ich die nichts erlegen jetzt okay so jetzt habe ich sogar zwei plätze frei ich muss nachher mal einiges verkaufen dass ich dieses das nicht alles wegschmeiße geht es jetzt hier wieder runter so war jetzt jetzt will ich mal die maske an jetzt habe ich dir gekriegt die blaue dieser recht gut ja schon stufe 9 also maske stufe 9 spezialisiert bloß 1,5 prozent kritische treffer chancen 4 prozent mehr extra tötungs ep und so weiter und sofort oh je das ist aber geil anlegen nicht möglich sie benötigen eine höhere stufe um dieses objekt anzulegen ach so ich brauche die stufe 9 ist doch kein problem bald ist es doch soweit da nehme ich mal was nehme ich dann davon wo geht es jetzt wo geht es jetzt hin ist eine gute frage ich nehme jetzt warte mal wir sind noch bei in den schelzi 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 nebenmission wollten wir machen die sind noch zwei im süden so habe jetzt eine angewählt da draußen läuft eine kaltblütige mörderin rum eine gewisse michael mason ich soll dich wohl bitten ihr das hoher zu legen aber du musst mir versprechen vorsichtig zu sein ich lade ihre letzte position hoch aber du kannst nicht sagen ich hätte dich nicht gewarnt also irgendeine killerin läuft darum und sie warnt und schon das soll eine übele kommt sind du bist so schnell her ja ich bin gerannt ich habe gegeben was da ist richtig gerannt die straßen sehen doch mal richtig echt ich konnte ich kann es echt nicht oft genug sagen wie geil das aussieht hier jetzt guck mal sonnenaufgang ja ja da schießt doch irgendeiner auf uns hinter uns hier ich habe gar keine waffen mehr scheiße also munition mehr den hast platt gemacht machst du schon ja aber das problem ist ich brauche munition ich habe warte mal ich kann das können wir ausprobieren ob ich jetzt eine andere waffe nehmen kann meist das klappt wenn das eine andere munition ist könnte es klappen wenn du die gleiche munition verwendest dann soll ich nicht und einen moment ja ich habe jetzt wieder munition nicht viel zwar aber ihr habt da etwas ja aber vor mir die mission starten ich glaube da brauchst du mehr als ich weiß nicht ich glaube das ist nicht ohne sicher ich weiß nicht aber ich kann mir schon vorstellen kopf geld aber ich habe ich habe meine meine ich habe meine kleine handwaffe das reicht auch die schusswaffe mit der kämpfe ich auch gerne guck mal da hätten sind noch ganze gangster wenn wir die töten kriegen wir auch immer munition ach das ist so eine scheiße mission wo wir wieder ja wir sind jetzt in irgendeine mission gerutscht die soll jetzt glaube ich hier das in der mitte schützen guck mal die schießen wieder darauf alter das dauert aber lange bis die sterben also mit der kleinen waffe ich kämpfe gleich mit der kleinen waffe das wird nix werden möglich ist es komm her wo haut denn der ab wo geht denn der hin kommt noch mehr ich habe auch keine munition mehr hey ja da musst du halt improvisieren wie der batman das immer schön gesagt hat ja wo bleiben die denn ja wo ach da ist noch eine andere ware scheiße komm her komm her guck mal ach die haben das schon gleich kaputt scheiße die haben schon gleich kaputt gemacht ja ein schuss ein treffer so sagt du sagst du sagst es ey boah kopfschuss boah voll auf die hand geschossen boah keine munition dann machen wir es halt so ein polizist kann mit jeder waffe kämpfen naja ich bin ja ein agent kein polizist ey was denn los irgendeiner schießt auf mich der war genau hinter mir der verrückte so lauf mal überall durch dann kannst du munition sammeln weil die verliehen ja auch munition dann hast du wieder munition oh ja oh 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 die sterben auch nicht mit der kleinen waffe hey die ware wird wieder beschossen scheiße äh das ist diesmal oben oder so ne ja nein zu spät zu spät zu spät scheiße wo ist das jetzt schon wieder woanders ja aber da oben kommen wir doch gar nicht hin das ist ja geil ey das gibt's doch nicht also weißt du was komm wir machen unsere eigen team ist schon was wir eigentlich machen wollten ah verdammt jetzt haben wir verkackt ja haben wir die überhaupt noch angewählt warte mal ja aber ich hab jetzt wieder munition komplett voll ne warum hast du wieder voll ja schießen auf mich komm zu mir ich soll dich wohl bitten ihr das handwerk zu legen aber du musst mir versprechen vorsichtig sein mach jetzt das blatt ist mir egal komm doch her oh ist er aber du kannst nicht sagen ich hätte dich nicht gewarnt weißt du nicht wo du bist ich bin hier hinter dir guck doch auf die karte ich bin ein gelber oder blauer punkt auf deiner karte ich will die aber platt machen jetzt also ich will meine munition sparen ich hab keine munition mehr oh fuck jetzt hast du die alle hierher gelockt die könnten abhauen eigentlich okay dann machen wir die halt platt bam das war's oder ja so da hast du was du wolltest du wolltest die fertig machen kommst du mit sofort warte 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 ja solange du kommst nimm ich noch einen schluck michelle meistens messen so oder wie die heißt ja das blendet gerade jetzt wird es etwas besser kannst loslegen hinter dir hier sind mehrere gegner ja warte 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 die war etwas weit weg meine scheiß granate oh oh eine granate geht gleich los ja bleib du da das ist gut der platz ist gut bleib da wo du bist lass dich ruhig kommen oh ich glaube meine granate hat drei oder vier auf einmal getötet oh da ist ein starker ey ich schieße und schieße ich habe was für dich sagt er tot ist er tot ist er alle platt gemacht ja guck mal da drin sind weihnachtsgeschenke brauchst du noch ein geschenk oh nein also wenn du was brauchst kannst du mitnehmen ey lass mal ich glaube wir gehen jetzt irgendwo hier kannst du ja das ist gut das ist doch mal eine gute nachricht von dir ich nehme aber meine andere waffe wieder warte mal ich muss ins menü weil ich habe ja nur die gewählt weil ich keine munition mehr hatte wo war das wo war das wo war das ich hatte dir oh komm hier geht es weiter ich habe den nächsten schon wie den nächsten schon wow 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 hey was machst du denn danke hey jetzt fängst du auch schon wie ich an mit dem wow 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 hast mich immer ausgelacht komm her komm her der hat mich gar nicht kommen sehen oh mein gott hat er gesagt kopfgeld also wir sind jetzt gerade kopfgeldjäger warte mal warte mal ich laufe zurück und fülle meine munition das ist eine gute idee ein moment so viel zeit haben wir halt für die spielchen weil wir müssen die tue sie erwischen die haut uns ab haut die ab ich habe das gefühl ja da steht aber warte mal keine zeitangabe ja gucken wir mal vielleicht hast du recht vielleicht hast du recht wow 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 ich habe hier wieder ein paar wieder ein paar aufgescheucht ja ich nehme den rechten ich nehme die rechten beiden guck du mal dass ich links geschützt bin oh 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 mein mann was willst denn du hilf dein köpfchen hilf dein köpfchen da oben ist sie irgendwo ja ich sehe sie da oben steht sie ja aber warte mal sollen wir da hochrennen oder schießt die jetzt einfach wow 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 mit was schmeißt die da die ist gleich fertig die ist gleich fertig ah die hat mich erwischt fuck wo bist du mach sie fertig ist egal mach sie fertig wenn ich die schnell wieder belebe dann geht es ja schnell also hast du es erwischt oder was ja ja die ist fertig komm hier hoch dann kannst du auch einsammeln was ich verloren hat wie komm ich da hoch äh hinten am gerüst ja genau da die hat eine die hat eine grüne waffe verloren und ein schön erweitertes erweitertes magazin ey das ist doch mal geil ich muss jetzt wieder was wegschmeißen damit ich das nehmen kann äh was schmeiß ich denn diesmal weg warte ich hab äh ich hab's inventar ja zerlegen bitte ja handschuhe vielleicht irgendwelche alte handschuhe warte mal äh allzweck handschuhe warum hab ich die überhaupt an ich hatte level 3 handschuhe also stufe 3 handschuhe obwohl ich stufe 7 handschuhe im rucksack hatte hä jetzt bin ich auf jeden fall besser dran jetzt sammle ich das auch nochmal ein äh ich guck mal kurz ob ich jetzt das erweiterte magazin irgendwo einbauen kann kannst du ja auch kurz machen wenn du willst oder du wartest einfach äh mut erweitertes magazin ach da ist schon was drin erweitertes magazin 16% größe nach tempo ja ich nehme das obwohl oh was soll ich denn alles weg tun ich habe so viel ich nehme jetzt einfach das ähm keine mut angelegt ja willst du mich verarschen ich habe doch angelegt so jetzt ja aber sollte man nicht in die basis zurück und das ganze zeug verkaufen das müssen wir auch irgendwann mal machen einen moment ich bin gleich soweit ich bin gleich soweit sorry ich bin sofort dabei ich bin sofort jetzt ja hier guck mal hier gibt es noch waffenteile wow die sind doch mal geil hier gibt es was gutes militärversion also äh die waffen die wir nicht brauchen die müssen wir verkaufen ist auch wichtig dass wir irgendwie die teile nicht jedes mal wegschmeißen dass wir das auch verkaufen dadurch können wir ja neue sachen kaufen was uns dann auch wichtig ist und was wir auch gebrauchen könnten ähm mission mission anwählen ja äh hier in der nähe gibt es noch mal eine nebenmission die machen wir noch mal und danach können wir zur basis zurück okay das ist grünes moment okay kann losgehen jo also äh hier lang und hier in der nähe war ja auch sogar ähm aufladestation für unsere waffen wenn aufladen jo voll und hier hinten ist auch irgendwas hier soll auch irgendwas sein ja hier vorne ist was naja ich kann nix mitnehmen nimm du mal das was ist das das interessiert mich bei mir auch geht nix es ist äh auf jeden Fall ist es voll ich kann es nicht nehmen hey da draußen sind wieder welche oh oh weg hier weg hier weg hier was machst du da sag mal der hat sich im Busch versteckt hast du es gesehen ja der hat sich im Busch versteckt der hässliche so dann kannst du mir folgen jawohl aber diesmal siehst du äh diesmal siehst du die Linie oder also unser Ziel ja ok es funktioniert nur wenn du es markierst alles klar ach das ist jetzt wieder die blöde äh äh Nachschublieferung Chelsea war das jetzt auch das war auch eine Nebenmission doch das das ist eine Nebenmission die wir machen sollen aber wir müssen jetzt gucken wie wir da hochkommen gleich wo hoch da guck mal wir fangen schon gleich oben an wie kommen wir da hoch über den LKW ja geh mal da rauf guck mal hier äh nein das ist ein Container kein LKW komm her komm her komm her komm her und ein Schuss und ein Schuss die sind weg ey das ist doch mal richtig geil das kenn ich gar nicht da schießt irgendwo einer der ist hinter dem Baum versteckt der versteckt sich hinter dem Baum der hässliche äh jetzt ist der ganz untere den müssen wir unteren schützen guck mal wieder runter scheiße ey ja da sind die schon schießt von hier oben runter hast gehört tüten wir diese Arschlöcher wer sind denn diese Arschlöcher hier ihr oder wir ihr Affen boah ja von wo denn ich hab die Ware an äh warte mal jetzt ganz unten wieder genau die die zweite von vorhin ja die wird beschossen scheiße 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 äh so boah das kannst du laut sagen erstmal schön einatmen ein und ausatmen erstmal ach komm das macht keinen Spaß wenn es Inventar immer voll ist wenn was ist ey warte mal da schießt einer oder ja was hast du gesagt wenn was nicht ist macht keinen Spaß wenn es Inventar immer voll ist ja da müssen wir erstmal wow haha hey die schießen auf unsere Freunde echt oh Zivilisten Kopfschuss oh oh da ist einer mit nix hier äh oh oh ey das nein 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 da war einer mit einem Fernrohr ich sehe niemanden ich sehe jetzt war bedrohung ja ja die sind jetzt die sind jetzt alle tot die sind jetzt alle tot ähm die jagen die noch ne 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 guck mal da hinten ist noch einer wo stimmt irgendeiner schießt noch auf mich stimmt da ist rechts noch einer da ist noch mal einer wo ich sehe keinen mehr da kommen Cleaners das gehört der hat gesagt da kommen Cleaners das sind die mit den das sind die jetzt die wir getötet haben oder keine ahnung Cleaners heißt das die Gang oder was ähm Christian guck mal da sind jetzt da ist jetzt noch eine neue Nebenmission die ist aber äh zum Camp Hudson zurückkehren die ist aber da drin wo wir mit einem Hubschrauber gelandet sind kann es sein oh ja stimmt sollen wir die mitnehmen jetzt auf jeden Fall wenn wir schon mal hier sind also komm laufen wir hin kommst mit was labert die Alte kommst mich mal besuchen keine Ahnung das ist so ein 80 jähriger oder sowas die Kinder finden keine Zeit um sie zu besuchen und wie sollen sie besuchen weil ich bin hier falsch also hier hat ja alles angefangen ja hier hat alles angefangen und da müssen wir aber auch Waffen da können wir auch unsere Waffen verkaufen stimmt hier sind die auch Händler hast recht ähm aber wir können gleich ah guck mal guck mal die Leichen an überall links und rechts schlimm schlimm echt schlimm guck mal siehst die Menschen hier die stehen alle Schlange ja ja habe ich schon damals gesehen wo wir raus sind haben wir am Anfang auch gesehen ja ich bin nur am Rennen ne ach jetzt sehen wir auch andere Online Spieler wo ist denn die gute Mission Händler, warte mal, willst du erst mal zum Händler? Nee, lass mal. Ach, das ist doch die Dame, wo wir am Anfang auch unsere Mission geholt haben. Wo ist jetzt die Mission? Ah, das ist nebenseitig. Ah, das ist keine Mission jetzt gewesen. Guck mal. Ja, ja, die redet jetzt weiter. Aber hier habe ich keinen Bock, der zuzuhören. Wir hatten ja die Info gekriegt, jedes Gebiet hat drei Nebenmissionen, ja? Und wir haben die drei erledigt. Darum, das ist sowas wie ein Safehouse hier, wo wir sind. Das ist ja ein Safehouse, wir sind sicher. Und dann müssen wir hierher laufen und unseren Bericht abgeben. Okay. Und jetzt haben wir den Bericht abgegeben und dann haben wir Punkte bekommen. Ganz schöne Punkte. Und jetzt ist Chelsea sicher, also Nebenmissionen auf jeden Fall. Da ist noch ein Kampfmission, so ein grünes Medizinflügel für die Medizinflügel. Den könnten wir auch noch holen, ja. Aber komm, erledige mal deine Geschäfte. Und dann gucken wir mal. Verkaufen, was kann ich verkaufen? Äh, also, ich weiß nicht, so ein Schrotflinte, ich weiß nicht. Wie weit ist die Worte mit der Folge? Wie lange läuft denn die schon? Äh, wenn wir gleich fertig sind mit dem Handel, dann können wir abbrechen. Circa zwei, drei Minuten noch. Okay. Also eine Schrotflinte will ich behalten. Die verkaufe ich. Die verkaufe ich auch. Also normalerweise kannst du das, was du gerade benutzt, nicht verkaufen. Normalerweise. Also du brauchst keine Angst haben, dass du jetzt was Falsches verkaufst. Ja. Umgebaute SM. SMG meinte ich. SM. Äh. Die Maske kann ich verkaufen. Alles, was ich nicht brauche hier. Warte mal. Schwere Schutzweste. Aber die haben alle andere Dings hier. Attributen. Ja. Aber die Westen ist schwer. Das ist echt schwer mit den Westen. Also. Ja, ich. Da müssen wir halt. Naja. Kapazität, Munition. Zwölf Prozent mehr Kapazität, wenn ich jetzt diesen Wachpersonal Weste nehme. Aber das ist so schlimm. Zwei rote Pfeile nach unten. Und der hat auch zwei rote Pfeile nach unten. Also ich. Äh. Ich. Ich weiß nicht, ob ich die behalten soll. Ich verkaufe die einfach. Rucksack, Rucksack, Rucksack. Ey. Das ist echt eine schwierige Entscheidung, ne? Ähm. Ähm. Komm. Den verkaufe ich. Ich habe so viel Zeug, ey. Das gibt es doch. Handschuhe. Wozu brauche ich so viel Handschuhe? Ähm. Weg damit. Pistolenschaden. 19. Plus 19. Pistolenschaden. Ballistische Schildschaden. Blablabla. Blablabla. Plus drei Prozent Haftgranatschaden. Kann ich dabei lassen. Hier. Da habe ich noch Graues. Also nichts Grünes oder Blaues, sondern Graue. Ey. Das braucht ja gar keiner. Na klar. So. Jetzt kann ich mal auf Kaufen gehen. Mal schauen, ob ich da eine schöne AK-47 kaufen kann. 1.300 kostet die. Ich habe 3.000. Ich könnte die mir leisten, aber... Ey. Ey. Warte mal. Da gibt es auch blaue Waffen. Also. Äh. 2.400. Aber die AK-47 hat... Ich muss die mir mal kurz merken. 600. SPM 600. Magazin. Äh. Also ich entscheide mich noch nicht zum Kauf. Ich habe aber schöne Sachen verkauft. Wo bist denn du jetzt? Ist das ein ganz anderer Händler? Ach. Keine Ahnung, wo ich bin. Ich bin beim Ausstattungshändler. Hä? Okay. Hier kannst du was anderes kaufen. Ja. Ausstattung. Ja. Ne. Ich brauche hier nichts. Ja. Vielleicht. Also. Ich bin soweit. Wenn du auch fertig bist. Ich genieße mal die Aussicht. Hä? Wow. Hey Leute. Guckt euch das mal an. Guckt euch das mal an. Wow. Das ist doch mal ein schöner Ort. Tschüss zu sagen. Christian. Du kannst weiter handeln. Wenn du willst. Ich sage schon mal so lange Tschüss. Aber du bist schon da. Ich sage auch Tschüss. Ich stehe neben dir. Yo. Bis zur nächsten Folge. Meine Damen und Herren. Danke fürs Zuschauen. und ich hoffe wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss. Und ich verabschiede mich auch. Ciao.